Tacho, morgen, 23.59 Uhr, bevor ich mich vergesse. Das ist mit Sneakers. Ich habe immer Sport. Ich liebe Sport. Ich kann den ganzen Tag sagen, aber Sport. Nicht in Heils. Take it, don't touch me like this. What's happened to you? Take the high heels. Dann gucken wir mal was zum Chatroulette zu gehen. Komm mal her. So, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Chatroulette Video. Wir machen heute auch ganz entspannt eine Runde Chatroulette. Ich habe zu meiner Linken eine begabte Tänzerin. Sie ist im Fachgebiet. Salamu alaikum, alaikum, salam, habibi. Wir machen heute auch ganz entspannt ein paar Runden Chatroulette. Schönes Kleid. Guck mal, meinst du mich? Dankeschön. You were saying you have a beautiful... What is dress on you? Dress, thank you, thank you very much. Ein Pärchen? Ne, sie kocht nur für mich. Du bist ein Notgeiler, ne? Du stehst auf sowas, ne? Zeig sie uns etwas mehr. Guck mal, der jacks dich ein. Du kleiner, ekelhafter, dreckiger Typ. You are such a dickhead. Du bist so ein ekelhafter. Do you see what he is doing? What is he doing? Yeah, I can see it. What is he doing? He is a dickhead. What is he doing? Laut. Du ekelhafter. Zu meiner Linken haben wir Bambi. Like my Instagram. Like what? An der Stelle muss man sagen, sie spricht kein Deutsch. Why are you touching me like this? I am not talking bullshit. I am talking to my audience. Ich habe überlegt, ich brauche jemanden, um ein paar Leute zu verarschen. You talk to them people. Sie spricht kein Deutsch. No, I don't speak Deutsch, just English. If you want to say hi or say something. Can you say köfte spieß? Köfte spieß. Habibi. Guck mal da, guck mal da. No, no, don't be like this. You look good. Don't be like this. Was geht ab? Habibi, der hat mich so fort erkannt. Ich wollte dich eigentlich gerade verarschen, ja? What is coming? Hello. Hallo. Kannst du mal kurz denken? We are from Germany. Oh, you guys speak English? Can you do this? Where did this? So we know you are not a boss. No, I'm not a boss. It's not a boss. What? Hello. How are you guys doing? Everything okay? Yeah. Yeah. It's a boss. Hello. No, we are not a boss. I'm not a boss. Warum sollt ihr immer fake sein, ja? Ja, das ist so eine Sache. Die hier sind viele Fakes. Wir haben das schon öfters gesehen. Warum läuft schon Maske zu Hause, Romero? Ja, auch. Warum? Weiß mehr, Romero. Weil du Mundgeruch hast, was? Auch Mundgeruch. Und ich hab das wirklich akustisch nicht verstanden. Weil ich echt noch meine... Dankeschön, ja Habib, ich küsse dein Auge. Weil es anonym bleiben will. Was macht das hier? Dich anonym? Ohhhhh. Ohhhhh. Okay, dann das hier. So, jetzt bin ich an der... Ach du Scheiße! Die hat die so hoch genommen. Bist du seine Schwester oder was bist du? Nein. Freundin, geliebte, Lover. Na? Freundin. Du hast den grad so hoch genommen. Darf ich das fürs Video verwenden oder nicht? Ja. Ja. Weil es anonym bleiben will. Komm ich am Arsch. Hallo. Hallo. Hi, alles gut? Du bist selbst. Good, danke. Can we speak English? Yes, I can speak English. Oh, that's fine. Where are you from? From Germany and you? Nice. Spain. Spain? Okay. And what are you doing here? Just... Can you show me your dick? Show me your dick? No. Why not? I don't have one. I don't have one. I don't have one. If you don't have one... Du wurdest gepimpt. Ich wollte gerade ein bisschen dich pimpen. Ah ja, okay. Wenn es dir jetzt gesagt hätte, zieh mal deine Hose runter. Hättest du gemacht? Nein. Hola, du lügst. Nein, ich lüg nicht. Ich glaub dir nicht. Okay. Wie kann ich das denn machen, was du mir glaubst? Geht nicht. Der Zug ist abgefahren wie Deutsche Bahn. Ich wollte gerade 5 Euro per Paypal. Wie viel? 5 Euro. Geh mal weg mit deinen Almosen. Wenn wir 50. Gut. Ist er schön? Du magst dein Gesicht? Oh, er ist schön. Er sieht gut, ja. Er sieht gut. Was glaubst du denn die alte Spinne? Eyes, haircut? Wie alt ist er? Wie sieht er aus? 23, 24? 23, 24? Nein, 18. Ich bin gerade Google Übersetzer. Ich schwör's dir. Wie alt denkst du ich bin? Was? Wie alt denkst du ich bin? 24, 25? Danke für die Komplimente. Weißt du wie alt die ist? Nein. Wie kann ich das sagen? 31. Echt hätt ich nicht geschätzt, tatsächlich. Aber die ist 31er, Bruder. Ich würde dich überleiden, die würde ich verstehen. Ey, du dumm Kopp. Komm, die steht nicht. Ich verstehe nicht. Dumm Kopp. Wir müssen ein paar Leute verarschen. Wir sehen uns. Das macht keinen Sinn. Hey. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Kannst du Englisch für mich sprechen, bitte? Red mal Englisch lang. Ich träume mein Leben lang davon, mit dir zu reden. Ich schwöre es dir, mein Gott. Ich komme gerade gar nicht auf die Lage klar. Sie träume jeden Tag, mit mir zu sprechen zu sprechen. Oh, dann bin ich froh. Du bist froh. Du bist froh. Du bist froh. Ich schoss seit über 2 Jahren auf diese Seite. Damit ich mit dir reden kann. Ohne Scheiß. Hast du ein paar Sätze aufgeschrieben so? Nach 2 Jahren? Süß. Kannst du? Oha. Sie schreit. Sie schreit. Sie schreit. Schreit uns, wie du schreit. Nein. Kannst du es ausfassern? 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 Ich möchte wissen, wie du ausfassern. Wie sieht du mit dem 6-Tack? Der macht jeder Frau so crazy. you're crazy, I'm sorry, because you're crazy why you're crazy hello, what's up? good, thank you, what about you? everything okay? I'm fine why you look sad, why you look moody? nobody likes me aww, that's bad why do you say that? what's wrong? I'm looking awful you should you should treat yourself better you should like yourself a little bit more and that self-esteem that everybody needs what's wrong with it? nobody likes me yeah he's saying this because everyone is skipping it I was talking to him hello cool good evening, how are you? you shy guy what's up? all good? here? nothing chilling trying to have some fun in here what about you? what do you see here? if you can understand language you understand language, right? yeah okay, nice something interesting so far? or nothing? tell me need hey can you strip everybody knows Aber du bist korrekt, er fragt direkt und er ist strippig. Ja, er wird strippig. Auf Wiedersehen. Peace!